So, wir stehen hier, machen heute hier Beweise hier, da ist auch noch jemand, Geschwindigkeitsmessung, wir wollen hier 200 erreichen. Kann man das sehen mit dem Handy? Ey, das geht, ja. Wir fahren null, wie schnell. Fahr mal Corona. Mit seinen überabgefahrenen Reifen. Und wie schnell? Wo steht's? 39 Sekunden. Wahnsinn. 40 kmh. Wo steht denn das? Hallo. Das ist unscharf. Ey, der Lache macht. Wie geht's zum Zoom? Na gut. Man kann ja unser Wort glauben. Auf Nummer zwei. Okay, mal sehen, wenn das schneller ist. Los, nochmal. Da ist ein Handy drauf. Ja, Crash-Tag. Spider-Man-App. Oh, hast aber gut geparkt. So wie ich. Spider-Man-App hat er gleich. Pass auf. So. Gleich total Schaden. Ja, mein Handy. Was macht die denn, die wühlte Möhe rum? Und? Naja. Das ist auch kaputt gegangen. Ja. Scheiße. Die Dinger, so dass es nicht so aussieht. Ja. Aber trotzdem scheiße. Und wie schnell war man wenigstens? Wo geht die 52-2? Schön. 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 Und Handy draufgegangen. Shit. Bleibt schon. Ja. So. Dritter Test, ne? Dritter Auto. Dritter Auto. Handy schon leicht demoliert. Aber geht noch. Geht noch. Oh. War mal out zweimal, ne? Ja. Zeit verschliffst. Das ist ja nicht normal. Das Auto ist doch schneller. Weil das Handy anders liegt. Eigentlich nicht. Hier? Hier. Ah. Das ist das Ende. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Da war er alleine. Das waren 41. Ja. Axars. Da ist Ende. Bis zum nächsten Mal.